In Waffenstillstand Ok. Ja, wollen wir? Ja, mach doch. Banzai! Ein Kopf noch, komm, ein Schädel. Ein Schädel und dann haben wir alle Schädels gesammelt. Oh, hier stand einer aus. Hier stehen mehrere aus. Jo, bist du denn das Irre? Oh Scheibenkleister! Alles ok, Daniel? Ja. Hier wandern muss ein paar einsame Seelen. Komm her. Uh, Sniper! Wo bist du denn schon hingerannt? Turn up von dir. Oh oh. Hast du Probleme? Nö, löse ich. Die wollten keinen Platz machen. Also... Alter, das sind ganz schön viele. Huch! Halleluja! Oh oh. Wo bist du hingerannt? Weg! He, he. Der war wieder lustig. Ja, aber so viel ist es gar nicht, ne? Ich glaub, wirklich den Boss hatten wir auf Meisterschütze oder sowas gespielt. also mit schwierigeren schwierige Schwierigkeitsstufe schwierige schwierige das ist mal man schnell mit einander spiel die Geschwindigkeit schwierige Schwierigkeits der Kanzler schwierige Schwierigkeitsstufe die Schwierigkeitsstufe die Schwierigkeitsstufe da hat man richtig dass ich kein Deutscher bin Schwierige Schwierigkeitsstoffe. Entschuldigung. Oh, auf einmal so ne schöne Ruhe. Ich sagte, so ne schöne Ruhe. Scheiße daneben. Oh, hier ist ein Auto an. Ich glaube, das... Ach, nur wegen Licht wahrscheinlich. Ja. Da kommen sie immer noch. Aus der U-Bahn, ne? Sind jetzt die Nachzügler, oder was? Ja, ich bin ja an allem vorbei gerannt. Hier nach oben. So, wir müssen da ins Haus rein. Oh, Sniper. Ey, du Sau. Ey, du Sau, da hat sich weggedreht. Wo ist er? Oh, da hat Boss. Ey, der hat mich angeschossen und ist weggehobt. Zieh nicht. Kriegst du auf die Fresse? Jetzt hab ich ihn. Aua! Ah! Ich hab schon ein paar Mal. Jawoll. Wo kommt ihr denn immer alle her? Ja. Ja. Aus den letzten Löchern gekrochen, du. Zu Hause, oder wat? In der U-Bahn, ne? Das ist meistens so, da findest du voll die Gestalten in der U-Bahn. Hier noch ein Sniper. Ah, taputapu! Wir brauchen nur noch 5 Snipers, dann hab ich 20 von denen erledigt. Dann gibt's irgendwas. Dann gibt's ne Errungenschaft bei Steam. Echt? Ja. Also. Spiel. 5 Stück brauche ich noch. So, wo müssen wir denn jetzt? War hier nicht irgendwo? War da mal ein Sternchen noch? Wo? Wo wir hin müssen? Hier. Ah, hier ins Haus. Oh, ne. Ins Haus. Stimmt. Er hat, äh, bla bla bla. Okay, da ist falsch. Aber? Da zeigt, äh... Hä? Oh, ne. Hier können wir auch nicht lang. Ach, hier. Ah! Was? Der kam... Der kam so um die Ecke gehupft, ne? Und ich stand aber schon hier. Und der kam auf einmal so rausgeschossen. Ah, äh, äh, äh. Hat sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen nach Mädchen angehört, aber das ist mir egal. War das der Kopf? Jep. Ah, dann haben wir ja alle. Öffnet das okkulte Siegel. 0 von 5. Okay. Schädel platzieren. Oje. Du weißt, was jetzt passiert. Bestimmt nicht zum Positiven, oder? Nee. Du weißt jetzt ein guter Geist. Oder der Sensenmann persönlich. Äh... Alter! Ah! Nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir! Naja... Flieg mal in die Luft, du Penner! War das schon alles, was du zu bieten hast? Ja, und jetzt? Lassen wir hier rein und dann beamen wir weg ins Weltall. Entkomme durch die U-Bahn-Tunnel, okay! Oh Mann! Echt jetzt? Renn einfach, Daniel! Hinter dir! Renn! Renn! Hinter dir! Renn! Oh nein, die Tür! Ja, wir müssen alle platt machen. Warte mal. Ihr habt doch... Ja, du hast voll scheiße geworfen! Hey, du hast meine Granate gleich mit zu explodieren lassen, du Arsch! Wenn du geduckt rennst, du scheiße! Ich wollte eigentlich... Warte mal. So. Schieß mal nicht alle ab! Lass mal einen an meine Mini laufen! Hehehehe! 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 Zack! Hehehehe! Hehehehe! Dann steht wieder hier auf! Ahhh! Komm! Und noch auf dein Gesicht! Hehehehe! Hehehehe! Eine Sache wieder! Können wir jetzt gehen? Dankeschön! Zu gütig Spiel, zu gütig! Na warte, dich spiel ich nicht mehr! Ah, Tür! Tüchen, Tüchen, Tüchen! Oh, ja, 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 hier sind wir am liebsten, ne? Ja! 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 Aha, wollte ich dir auch sagen! Finde ich gut, dass du in die Türen kommst! Hier deine Waffe, Daniel, da liegt sie! Die Pömpel! Nee, hat aber so eh den Schuss oder so! Der Pömpel! Dafür Opfer ich keine andere... Ah, ich muss mich an den Elbogen kratzen! Aber vielleicht brauchen wir die, ja, vielleicht kommt ja ein Panzer, der so besessen ist! Ein besessener Panzer? Ja, kann auch sein! Nimm du den Raketenwürfer! Den kann man gar nicht nehmen! Nimm deine Pistole! Doch, den kann ich nehmen! Nimm deine Pistole! Ich kann dir das nicht auswählen, was ich weglasse! Was nimmt er weg? Ja, die Maschinenpistole! Achso, naja... Egal, ich nehme sie mit! Drei Schuss! Ja, aber heb die wirklich auch für irgendwas Fieses! Für dich? Ja, genau! Ja, du hast gesagt, für was Fieses... Oh, guck mal da! Der Mond da oben! Geiles Sache! Oh je, geht doch schon wieder los! Oh, ich habe keine Maschinenpistole! Was ist denn das für ein Scheiß? Zack! Ach komm jetzt! Wackelt doch mal net so! Wackelt dackelt! Kennst du diese Puppen die du im Auto hast? Oh, ich habe eine Errungenschaft! Wackeltackel Und dein Handy hat drrrr gemacht Ja, ist WhatsApp Bestimmt Orca Hallo Orca Oh, siehste Weil ich Orca gesagt hab? Oder was? Ah, du musst am Rad drehen, ja? Ich dreh sowieso immer am Rad Ich geh mal schnell auf die andere Seite Hoffentlich kommt da nix Ey, nicht so schnell Die kommen bestimmt gleich hinter uns übelst viele Oh ne, nicht das schon wieder Was? Ja, explodiert hier alles Ach, hier ja, diese... Ich bleib mal lieber in deiner Nähe Sicher ist sicher Ha, Ziel erreicht Ah, Schleuse geöffnet Können wir jetzt schwimmen? Oh ne, Boss Oh ne, nicht schon wieder so, Ena Ah, Sniper Alter, sind das viele Wo sind die Snipers? Ich hab grad einen erschossen Das sind voll viele, Daniel Aua Der hat mir jetzt übergezogen Äh... Juhu, ich hab erwischt Ich hab ihn erwischt Ich hab ihn erwischt Ich hab ihn erwischt Hey Hey, ich hab noch getroffen Warum treff ich ihn nicht? Ich schieß einfach durch ihn durch Was denn das für ein Witz? Ich hab ihn getroffen Ich hab ihn getroffen Ich schieß einfach durch ihn durch Alter, Daniel, das sind viele Naja Hast du noch Granaten oder was? Nee, das war so ein Stölpertraht Aua Du, ich hab schon wieder ein paar Köpfe weniger Ähm Ich renn mal vor Oh ne Ich hab den großen getötet Alter Alter Was war das denn? In der Nähe von dem Boss bleiben Damit ich die Köpfe abschießen kann Warte noch Hast du? Einen noch Komm Warte So, jetzt Okay Ist er erledigt? Ja Ja, besser ist es, ey Oh, und jetzt sind sie alle gestorben Ich habe so gehofft, dass so ein Boss nicht nochmal kommt, ey Ja, selber Aber diesmal haben wir es besser geschafft, ne? Ja Aber das waren Um einiges mehr als das letzte Mal Oh, das waren echt viele Massen, ne? Ja Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft Weil jetzt das Spiel, äh, haben wir es geschafft? Nee Nee, ne? Dies ist nur der Anfang Man weiß ja Bescheid Ja, klar Oder die wollen damit auf den zweiten Teil hin Weisen, den wir natürlich auch machen Das kann auch sein Aber... Oh, wow, 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 wow Was ist mit dem Stern? Was für ein Stern? Hm war es das Mission erfolgreich bei mir steht kein weiter ach ne ja weiter geht nicht mehr ja liebe Leute das war's mit Sniper Elite ja stimmt das war's mit Sniper Elite Zombie Army ich hoffe es hat euch gefallen für uns war es eine heikle Situation ja und wir werden auf jeden Fall auch den zweiten Teil machen könnt ihr euch drauf freuen hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht oh ja und ja dann sagen wir an die Stelle vielen Dank für alle die zugeschaut haben und ich hoffe ihr seid auch beim zweiten Teil dabei und wir sagen Tschüss Ciao